Wechsel, nicht so, nein, nein. Nein, es fällt eine Note, eine Note fällt, 16. Das klingt vielleicht komisch, aber ich lasse keine Freiheit in meiner Musik. Ich überlasse dem Interpreten kaum etwas, was er so machen kann, wie er will. Deswegen sind die Proben nötig. Entschuldigung, Herr Penderet. Ja. Vielen Dank, Dankeschön. War das arrangiert? Ja, das ist gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020